2 Euro eingeworfen und ich wollte eigentlich die Nummer 11. Und was ist das Resultat? 10 Cent gezählt. Schauen wir mal, was die Firma Zölz wieder von sich gibt. Ich glaube, das ist Zölz. Automaten-Nummer gibt es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, hier steht Zölz. Rathenauplatz, guten Abend. Leider ohne Kamera eingeworfen, aber jetzt nehme ich einen Euro. Mal sehen, was der so sagt. So, eingeworfen einen Euro und bleibt immer noch bei 10 Cent. Na dann, gute Nacht.